Wir sind wieder da. Hey, hey, hier ist der Wappendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf-Fancast. Wir haben endlich Zeit gefunden, uns hier in den Studios zusammenzusetzen und über die Fortuna zu sprechen. Wir sprechen natürlich über die Spieltage, die vergangen sind. 1, 2, 3 und 4. Wir quatschen ein bisschen über das Tor gegen Wolfsburg zu 1-0, was vielleicht in der Auswahl, vielleicht auch nicht. Wir haben noch ein paar andere Themen, zum Beispiel Friedhelm Funkel steht bei uns so ein bisschen im Brennpunkt, wenn man so möchte. Der Micha möchte gleich auch noch ein paar Fans aus der Kurve beschimpfen. Aber wir fangen einfach mal an mit, dass der Micha auch dabei ist und ich der Wappendribbler bin. Und wir fangen einfach mal mit Micha. Wie findest du aktuell die 4 Punkte nach 4 Spieltagen? Gut, kick in die Runde erstmal. Ich sag mal so, nach 4 Spieltagen 4 Punkte. Ja, ich hab ja in der Saisonvorschau gesagt, dass ich mich eigentlich nicht wundern würde, wenn wir in den ersten 5 Spielen 0 Punkte holen, weil die Gegner eigentlich schon krass sind. Deswegen, meiner Meinung nach, haben wir 4 Punkte mehr, als ich eigentlich erwartet hab. Und wir sind vollkommen im Soll eigentlich. Sollen wir das? Fährt mal so ein bisschen von hinten auf. Kujovic hat den Verein verlassen, der ist in die Heimat gewechselt. Hoffmann hat den Vertrag bis 23 verlängert. Kasim Adams ist neu dazugekommen, den haben wir noch nicht besprochen in der Saisonvorschau. Ist Kasim Adams für dich eher jetzt ein Herausforderer? Oder siehst du ihn mittelfristig, wenn er in der Mannschaft ist und da Spielgewöhnungszeit bekommen hat, als Stammspieler? Ich glaube, Kasim Adams wird Stammspieler werden. Ich glaube, der Funkel macht das Gleiche, was der mit Luke Bakio und Kovnatski schon gemacht hat. Dass der die irgendwie die ersten 5 Spieltage nicht spielen lässt und dann immer mal wieder einwechselt. Obwohl bei einem M-Verteidiger ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, so ab dem 7.8. Spieltag wird Adams Stammspieler sein. Ich habe eben nicht erwähnt, Tyson ist nach Rot-Weiß Erfurt gewechselt. Übrigens, Bene, wir lieben dich. Und kurz noch eine Meinung zu Klaus Koster, der Ex-Fortuna, der mittlerweile Sportchef beim HSV ist. Wer läuft bei dem? Das ist auch einer, den ich sogar noch kenne, weil ich bin ja eben nicht so wie du, nur dass sie schon zu Regionalliga-Zeiten zu Fortuna dazukamen, sondern erst Drittliga-Zeiten. Mein Vater hat mich damals mit Elfgern mitgeschleppt. Ich kann mich noch an so eine Autogrammkarte von Klaus Koster erinnern, wo der so blond gefärbte Haare hat und dann so zum Iro zusammengegelt hat. Das ist Wahnsinn, liegt auch noch bei mir im Büro. Ja, Fortuna ist so ein bisschen im Punkt. Der nächste Gegner im Pokal ist natürlich Erzgebirge Aue. Fortuna das erste Pokalspiel pflichtgemäß gewonnen. Ja, man hat sich eigentlich relativ schwer getan gegen Willing. Er ist in der Verlängerung gewonnen, aber im Endeffekt Hauptsache weiter und wen interessiert es, wie es dann war. Willing hat sich halt hinten reingestellt, hat dann einen Elfmeter bekommen, hat den dann reingemacht. Und ja, das ist dann halt mal Pokal. Manchmal muss man sich halt abrackern, aber wie gesagt, Fortuna ist in der nächsten Runde, nächste Runde gegen Aue. Ist auch ein machbarer Gegner eigentlich. Wenn man es ordentlich angeht, dann sollte das eigentlich auch machbar sein, vor allem zu Hause. Und deswegen Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, Calvin Ophori als Matchwinner, der hat außerdem irgendwie nicht mehr gespielt. Wie siehst du ihn in diesem Spiel und wie siehst du ihn generell in der Vorbereitung bzw. Jetzt im Training kannst du nicht dafür sagen, aber zu seiner Personalie an sich kannst du bestimmt deinen Senf zu der Frikadelle geben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Transfer, der mir halt super gefällt, weil er irgendwie aus Ghana, aus so einem Trainingscamp kommt. Irgendwas mit Dream war das, das ist so eine Facility. The Right to Dream oder so. Genau, The Right to Dream. The Right to Dream ist so eine Art Trainingscamp da oder Trainingsfacility, Jugendleistungszentrum, wenn du möchtest. Und da kommt halt her, der hat halt auch für Ghana schon Spiele gemacht oder für diese Facility an sich. So eine Facility-Liga in Afrika, wo ich den Profifußball erlebt jetzt erst bei uns. Für die dritte Liga, für die vierte Liga, für die zweite ist er nicht spielberechtigt, weil er halt aus dem Nicht-U-Land kommt und noch keine fünf Jahre hier in Deutschland war. Deswegen trainiert er mit der ersten mit und hat halt, wenn in der ersten, halt auch die Spielmöglichkeiten, um zu spielen. Ja, weißt du, ich glaube, das ist halt einer, mit dem können wir in zwei, drei Jahren, können wir mit dem rechnen. Der wird aktuell halt aufgebaut, kommt ab und zu. Der ist 18 oder 19, ne? Ja, also der ist noch relativ jung oder ist sehr jung, nicht nur relativ jung. Ja, auf den können wir bauen und der wird wahrscheinlich seine Joker-Einsätze bekommen. Aber ich glaube nicht, dass der Hennings und Karaman als Stammspieler vorbeikommt. Ich denke mal, du kannst noch Fink mit dazu nehmen. Der fungiert halt als offensiver Mittelfeldspieler oder im 4-3-3, ist aber oft defensiv als Pressingstürmer von drin, also eher 2-4-4 oder 4-4-2, wo du es von hinten aufrollst. Kovnatski könnte auch ins Zentrum gehen, obwohl ich ihn mit neuer Fugung nicht so gut finde, wie letztes Jahr noch mit dem Kursterschnitt. Scheißegal, er ist momentan eher auf dem linken Flügel zu Hause, weil es mit den neuen Spielern auch noch nicht ganz so passt. Aber gepasst hat es am ersten Spieltag gegen den SV Werner Bremen. Fortuna gewinnt auswärts 3-2-1. Das war überragend und ich muss auch sagen, ich war überrascht, weil an dem Tag war ich leider beschäftigt, habe dann leider falsch geplant und dachte, da wären auch Winterpause und habe mir dann Tickets für Dortmund-Olea geholt, unfreiwillig. Und deswegen war ich dann überrascht, als dann irgendwie ein Kollege von mir meinte so, ja Fortuna führt 3-1 gegen Bremen. Und ich so, man verarscht mich gerade. Aber ja, war ein souveräner Sieg und hat mich überrascht. Aber ja, wie gesagt, vollkommen verdient und kann man mal machen, so in die Saison starten. Tore Hennings, Karaman, Eihahn war für mich das beste Spiel von Karaman bis jetzt in die Saison. Klar, vier Spieltage erst, aber Spieltag 2, 3 und 4 wirkt ja immer irgendwie, ja, ich würde nicht sagen, ein Fehlerplatz ist zu falsch, aber du konntest mir nicht diese Impulse ins Spiel bringen. Also Kickernote 4 wäre auf jeden Fall vertretbar gewesen. Das Spiel war auf jeden Fall so ein krasser Ausreißer. Was Karaman angeht, ist, ich habe das Gefühl, der hat so Bozek-Dinger, also so Highlight-Spiele. Ja, der hat so, ja, das Leben ist halt wie Adam Bozek. Manchmal gut und manchmal halt scheiße. So, ich weiß, also manchmal so Karaman und Bozek, die haben so manchmal Tage, dann denkst du dir so, boah, die sind so überragend und dann haben die auch wieder so Tage, wo du denkst so, ah, ob das wirklich Bundesliga-Niveau ist, weiß ich nicht. Ja, das ist mir halt beim Bozek, weiß ich das schon seit Jahren. Und beim Karaman ist mir das jetzt auch aufgefallen, dass der manchmal so richtig überragend gut ist und manchmal ist der so, ah, ich weiß nicht. Ja, Bremen wird etwas dominanter, Fasuna, aber konzentrierter, abgezockter und machst einfach drei Tore. Ähm, es war auch das Spiel des Louis Baker, sein erstes, ähm, das erste Bundesliga-Spiel von Louis Baker, auch großartig gespielt. Danach konnte er diese Leistung aus dem Bremsspiel nicht mehr zeigen, aber er ist immer noch mit seinen Pässen, seiner Laufarbeit immer noch ziemlich dominant. Micha, ähm, lass uns kurz über, ähm, die Verletzung von Michael Rensing sprechen, dass er wahrscheinlich bis Ende des Jahres ausfällt, also, äh, in der neuen Saison zur Vorbereitung wird er wahrscheinlich wieder dabei sein. Aber im Moment spielt halt Zach Steffen. Kurz dazu, Zach Steffen spielt bis jetzt eine richtig geile Saison. Er hat zwar in den Spielen immer ein, zwei kleine Momente, wo man sagen könnte, ah, vielleicht, aber wenn er den Ball dann festhalten würde, dann wäre er halt auf mal neuer Niveau und dann würde er nicht bei uns spielen, sondern Man City hätte irgendwie zig Millionen ausgegeben, dass er da jetzt schon spielen kann. Aber Zach Steffen spielt halt. Meinst du, Zach Steffen hat auch gespielt, ohne dass Rensing verletzt wäre, oder passte das einfach gerade in die Thematik im Verein sehr gut, nach dem Motto, okay, Rensing ist jetzt verletzt, jetzt müssen wir keine Ausrede suchen, dass Zach Steffen spielen muss. Ja, ich glaube, intern, ähm, hat das eigentlich ganz gut gepasst, dass man dann jetzt keine Streitigkeiten hat. Aber ich bin halt der Meinung, wenn, wenn du, hätte man Rensing als Stammspieler gemacht, dann hätte ich, ich hätte es nicht verstanden, weil, ähm, ja, Leute, die den Podcast schon länger hören, die wissen ja, dass ich der Meinung bin, Rensing ist halt ein durchschnittlicher Zweitligatorwart oder vielleicht ein guter Zweitligatorwart, aber das war es auch. Und, ähm, Zach Steffen ist halt einer, das sind so Sachen, der hat jetzt zum Beispiel, um ein bisschen vorzugreifen beim Spiel gegen Wolfsburg, hat der einen Pass gemacht, der komplett scheiße war. Und in dem Moment dachte ich mir so, ja, okay, vom Rensing kenne ich nur so Pässe. Also, das sind dann so Sachen, nicht nur, dass der, ähm, auch mal Flanken abfängt, der ist vielleicht nicht genauso gut auf der Linie wie der Rensing, beziehungsweise hat das noch nicht so krass zeigen können, aber so, allein so die Strafraumbeherrschung, der fängt den Ball und will, macht direkt, will direkt Konter einleiten und will direkt den langen Pass spielen oder will direkt, sucht direkt den freien Mann. Und das sind halt so Qualitäten, die ich halt super finde. Und das sind so Qualitäten, die ich beim Rensing immer vermisst habe. Und deswegen bin ich sehr froh, dass, ähm, Rensing aktuell nicht unser Stammtorwart ist. Schade für ihn, dass er verletzt ist, aber ich glaube, selbst wenn er fit wäre, wäre trotzdem, äh, Steffen, äh, Stammtorwart gewonnen. Ich kann nur bestätigen oder, äh, halt Insiderwissen ein bisschen verbreiten. Der Deal ist so ein bisschen wie damals bei Neuhaus, werden pro Spiel bezahlt, dass er spielt. Es ist ein bisschen lukrativer als damals bei Neuhaus, aber für mich ist es so ein bisschen das Gleiche, Win-Win. Du kriegst einen richtig guten Spieler und du wirst auch noch bezahlt, dass du ihn aufstellst. Das ist einfach überragend. Und der hat uns diese Saison schon das ein oder andere Tor gerettet. Klar, jetzt gegen, äh, um vorzugreifen gegen W-Korst. W-Korst ist einfach geil, den macht er nicht rein, also den kann er nicht halten, wird er getunnelt. Sieht scheiße aus, ist aber so. So, kommen wir dann danach direkt zu dem zweiten Spieltag gegen Leverkusen. Dort verlieren wir zu Hause, äh, 3 zu 1. Man spielt im FIFA 2, äh, gleich aufstellung gegen Bremen. Ähm, Baker konnte nicht, hat, also hat seine Fähigkeiten irgendwie in Bremen gelassen bei dem Spiel. Funke bekommt die gelbe Karte, jetzt kannst du gleich, kannst du gleich dazwischen kretschen. Aber so, die Frage ist doch so, die Erwartung sind einige Fans. Leverkusen, muss ich kurz sagen, hat sehr hoch verteidigt, sehr kratzes Pressing gespielt. Die waren sehr schnell, also die haben das Spiel, was Bosch, also Peter Bosch, der Trainer von Leverkusen, hat auszeichnet. Schnelles Pressing, Aggressivität, vorne angreifen, zwei, drei Kontakte zum Abschluss. Das hat er halt wunderbar umsetzen können mit Leverkusen in diesem Spiel. Und Leverkusen hat für mich auch verdient geworden, weil wir waren sehr schläfrig, haben oft Vogelwild verteidigt. Und offensiv fehlt uns halt irgendwie ein bisschen das Tempo. Keine Vorwürfe an die neuen Stürmer, die wir haben. Aber irgendwie fehlte da was und wir haben da verdient, äh, 3 zu 1 zu Hause verloren. Ja, da bin ich komplett deiner Meinung, das ist, 3 zu 1 ist ein Ergebnis, das vollkommen in Ordnung ist. Ja, wir haben halt gegen Leverkusen verloren, die gehören zu den besten, also der Top-5-Mannschaft der Bundesliga. Und gegen die kann man halt mal 3 zu 1 verlieren. Letztes Jahr war ja Leverkusen so ein bisschen auch Vogelwild, so Saisonbeginn. Und wir hatten halt einen, das weiß ich, die Saison fortsetzt, wir spielen sehr gut. Aber es fehlt halt so ein bisschen vorne die individuelle Qualität, halt das Tor zu machen. Es war jetzt gegen Leverkusen, war das halt nicht der Fall. Weil du kamst gar nicht in die Situation, nach vorne spielen zu können. Natürlich wollte ich für Tuna das einzige Spiel, die Saison, wo ich im Stadion bin. So ein bisschen typisch für mich eigentlich. Ich freue mich schon auf das Spiel im Pokal gegen Erzgebirge Aue, da werde ich auch im Stadion sein. Micha, ganz kurz zu der Erwartungsleitung einiger Fans. Ich habe da auf Facebook, auf Twitter einiges gelesen. Ich habe von Bekannten oder von Podcast-Zuhörern einiges gehört, wo mir einfach nur der Kopf kommt, wo ich mir sage, so, ey Leute, chillt mal eure Base. Ja, ich finde halt auch krass, dass Leute sagen, ja, letzte Saison waren wir 10. Jetzt ist eine Saison weiter. Jetzt haben wir irgendwie, ja, eigentlich müssten wir ja jetzt Europa League schaffen. Ich habe teilweise wirklich das Gefühl, dass die Leute ins Stadion gehen und damit denken, ja, wir spielen gegen Leverkusen, die hauen wir mal eben 2-0 weg. Ich finde Europa auch cool, tatsächlich. Aber letztes Jahr, Platz 10, weil wir eine krasse Rückrunde gespielt haben, wirklich krasse Rückrunde gespielt haben, Punkte geholt haben, wo ich so richtige Freak-Spiel hatte, wo ich mir zu Hause vor dem Fernsehen dachte, mit meiner Tochter zusammen, boom, Fortuna. Ich habe geschrien, Fortuna, Tor. Und die hat geschrien, ja, Fortuna, Tor. Boah, das war eine überragende Erfahrung für mich. Diese Saison ist halt irgendwie so back to earth. Und wir gucken mal, was es geht. Aber vier Punkte nach vier Spielen, das ist schon mal einiges wert. Und du siehst, dass wir gegen Frankfurt knapp verloren haben, dritter Spieltag. 2-1, klar, da wären wir unentschieden. Hätten wir uns belohnt, hätten wir unentschieden, 100% in Frankfurt verdient gewesen. Weil die waren echt krass müde von dem Europa-Pokal-Spiel. Das war noch vor André Silva hingewechselt ist und Rebic nach Inter gegangen ist. Aber das war echt krass, krasse Spiel. Aber Fortuna war halt am Ende des Tages in der 1-1-Qualität nicht so gut wie Frankfurt. Deswegen hat Frankfurt einfach das fucking 2-1 gemacht und den Sack einfach zugeschnürt. Ja, gegen Frankfurt, sage ich mal, ein 1-1 wäre, glaube ich, verdient gewesen. Aber das war dann einfach die individuelle Qualität. Einerseits die individuelle Qualität und dann die Müdigkeit von Gießemann. Bei dem hat man, man hat dem Gießemann einfach angesehen, der war platt. Aber man konnte nicht mehr wechseln, wenn man schon dreimal gewechselt hatte. Und ja, dann würde ich auch den Funke ein bisschen kritisieren, dass der dann, ja, dass er am Ende halt nicht die Möglichkeit hatte, den Gießemann auszuwechseln. Obwohl der so, man hat richtig gesehen, dass Gießemann platt war. Obwohl man das eigentlich nicht von ihm kennt. Aber man, der Gießemann war platt. Und deswegen hat er am Ende den Zweikampf verloren, wodurch dann das 2-1 gefallen ist für Frankfurt. Und ja, achso, da fällt mir nur ein, ich wollte ja eh noch das Funkel gegen Leverkusen, die gelbe Karte bekommen hat, wo ich mir dann denke, so vollkommen zurecht. Ich weiß gar nicht, warum sich die Leute da alle so abfacken, dass der Funkel eine gelbe Karte gekriegt hat. Ich meine, dafür wurde die gelbe Karte eingeführt. Der hat da rumgepöbelt und dann kriegt er halt die gelbe Karte. Und ja, vollkommen verdient. Und ich verstehe da die Aufregung nicht. Und ja. Also einmal die gelbe Karte war letztes Jahr noch nicht der Fall. Da müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Ich glaube nicht, dass Christian Funkel jetzt vor dem 10. Spiel noch mal eine gelbe Karte kriegt. Ich glaube, die Schiris oder die vierten Assistenten werden das alternativ lösen. Ich weiß zufälligerweise, dass man sich da alternativ besprochen hat. Dass man trotz dieser neuen Regel halt anders damit umgehen will, anders damit umgehen wird. Jetzt ist die Frage halt, hat sich Funkel vercoacht? Vielleicht ja, vielleicht hätte er sehen müssen, dass Gieselmann schon gepumpt ist. Aber die Frage ist halt auch, vielleicht hat er in der Situation, wo er gewechselt hat, Gieselmann so gut traut, er schafft die 90 Minuten. Am Ende des Tages ist es halt scheißegal, weil Frankfurt halt individuell von der Qualität her einfach besser war. Natürlich war Frankfurt Spiel bestimmt. Müssen wir nicht drüber reden. Ich bin froh, wenn wir dieses Jahr den Abstieg verhindern. Denn wir haben nächstes Jahr noch mal 20 Millionen mehr. Egal, was momentan an Kritik oder an Gerüchten oder Spiegelgedöns über Fortuna im Umlauf ist. Scheißegal. Aber wir haben nächstes Jahr 20 Millionen mehr. Und für diese 20 Millionen kannst du vielleicht mal dich mit der Qualität etwas mehr vertun. Wenn du halt sagst, komm, wir nehmen jetzt einen Spieler, der hat etwas mehr Qualität, die wir vermuten, wenn er nicht erreicht, ist er immer noch besser als den, den wir jetzt haben. Ja, ist halt so. Egal, das ist halt einfach dann dieses Thema. Momentan, wir haben einen zwölfletzten Spieler, Tech Betay, Trainingsrückstand, Ambromaner Trainingsrückstand und Tommy Korownazki machen das einfach gut. Ich fand sie zum Beispiel jetzt, kommen wir direkt gegen Wolfsburg, ist das nächste Spiel, was wir durchquatschen wollen. Fand ich sie halt einfach, als sie irgendwann die Seiten getauscht haben. Irgendwann Korownazki stattet auf links, Tommy auf rechts, Korownazki links Fuß, Tommy rechts Fuß. Die tauschten dann irgendwann die Seiten, ich glaube, ab Minute 30 oder sowas, keine Ahnung, irgendwie so ein Gedöns war das. Und dann fand ich sie krass effektiver, weil sie halt dann dieses typische Eien-Robben-Dings hatten. Ich kann einen stärker in die Mitte machen und dann mit meinem starken Fuß aufs Tor abschließen. Klar, Tommy hat ein paar Mal über das Tor geschossen, Baker hat ein paar Mal über die Träge geschossen, aber Fortuna hat, ich würde sagen, die letzten 10 Minuten mit Adams waren vorgewillt. Die ersten 10 Minuten, wo Wolfsburg viel gepusht hat, wo wir versucht haben, auch nach vorne zu pushen, war auch ein bisschen vorgewillt. Aber danach hat Fortuna einfach krass gespielt. Wolfsburg haben wir in Kontrolle gehabt. Wolfsburg war dominant. Wir haben nämlich 3, 4, 5 Prozent mehr Ballbesitz gehabt. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, auch dank Oliver Fink. Oliver Fink, klar für mich, man of the fucking match, weil Oliver Fink ist, keine Ahnung, wer ist der? 40? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 103 oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, der ist eigentlich 38. Sorry, Oli, aber du reißt da ein Niveau ab, was ich von dir nicht erwartet hätte. Ich glaube nicht, dass der unseren Podcast hat. Nein, natürlich nicht, aber der hat, nachdem er den Kreuzbandriss hatte, ne, der hatte den Kreuzbandriss und wir haben den hier im Podcast. Und der ist auch schon 6 Jahre her, der Kreuzbandriss. Das ist so krass nicht, aber wir haben den hier im Podcast noch. So ähnlich mich an der ersten fucking Podcast-Folge. Haben wir den Oliver Fink noch kritisiert über sein Alter, Langsamkeit, Unentschlossenkeit, ach, der Kreuzbandriss und hier und bla und blub ist ja auch schon fucking 3 Jahre oder 4 Jahre her. Aber es ist einfach Wahnsinn, einfach Wahnsinn, was der an Zweikämpfen, an Offensivspiel, an Power, an geilen Pässen abreißt, ist einfach der fucking Wahnsinn. Und ich bin immer geflasht, ich dachte mir so, jedes, ich dachte mir eigentlich, ja, vor ein paar Jahren noch, als wir hier angefangen haben und vorher, als wir noch draußen auf dem Balkon mit der Shisha gequatscht haben, dachte ich mir, ja, Oliver Fink, okay, die Karriere von dem ist fast vorbei. und seitdem jedes, jedes, jedes Jahr ist der einfach fucking nochmal besser als vorher. Klar, 90 Minuten kann er nicht, der musste nach, glaube ich, 60 Minuten, 70 Minuten raus, aber, sorry, Wahnsinn, der Typ. Wahnsinn, Wahnsinn. Das, was du gesagt hast, der wird wirklich jedes Jahr immer besser, weil du denkst, du denkst so, okay, der ist, da war der 36, da dachte ich, da war schon eine gute Saison, aber ich glaube, nächste Saison kann er das nicht nochmal durchhalten. Nächste Saison, besser als die Saison davor, aber ja, okay, nächste Saison wird er nicht durchhalten und das geht jetzt seit 3, 4 Jahren so und, ähm, der ist ja mittlerweile nicht nur ein Abräumer, sondern der ist auch mittlerweile einfach mal ein Dribbelkönig geworden, wie oft der jetzt in den letzten Spielen irgendwie Leute hat ausgedribbelt, wo ich mir denke, fucking zweiter Stürmer. Ja, der macht ja im Prinzip auch mittlerweile bei, der ist ja gefühlt vom, vom defensiven Mittelfeldspieler auch immer weiter nach vorne gerutscht und mittlerweile ist er eigentlich eine hängende Spitze. der macht so diesen, manchmal siehst du ihn auf einmal im Sturm und dann siehst du ihn wieder im defensiven Mittelfeld, der macht dann praktisch die 10er Position. Wahnsinn, was der läuft, der läuft ohne Ende. Wie ein Käfer. Wenn ich in 10 Jahren noch so laufe, wie der jetzt, dann bin ich zufrieden. Da brauche ich nichts mehr tun. Wir haben gegen Wolfsburg verdient, unentschieden gespielt. War der Ball im Aus oder nicht? Keine Ahnung, ich kann es halt nur sagen wie Kolinus Erben oder Ralf Gunnisch. Ich mag jetzt ein bisschen Promotion, Fremdpromotion, so willst du aber. Ralf Gunnisch hat mir eigentlich krass gefallen. Es war mein, ja nicht mein erstes Spiel auf der Saison mit ihm, aber das erste Mal. Ich mag Ralf Gunnisch als Persönlichkeit nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde ihn sehr arrogant, es ist ein Arschloch, fucking Ex-Spieler. Ich mag, dass er bei St. Pauli war und dass er sich da immer noch für die Fanszene einsetzt, aber ich mag ihn als Menschen nicht oder als Persönlichkeit im Fernsehen nicht. Aber was er gesagt hat am Ende des Spiels ist, der Video-Assistent-Referee muss zu 100% bezeigen können, dass der Ball nicht im Aus war. Das konnte er nicht. Wir haben nicht alle Kameraperspektiven gehabt, deswegen können wir das auch nicht zu 100% sagen, ob der Ball nicht die Linie gekratzt hat, berührt hat, wie auch immer. Deswegen, schwere Entscheidung, Ball war nicht im Aus, Tor zählt, der Gießelmann muss sich nur erst mal machen. Der Klatsch, der mit dem besten Schuss, den er hat, ins kurze Eck. Ralf Gunnisch kritisiert ja auch noch kurz den Keeper, vielleicht muss er die Hände hochhalten. Du als mittlerweile alter Keeper kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass man da vielleicht die Hände hochhaben muss und in die Ecke dift, ins kurze Eck dift, aber es war einfach krass gemacht. Also als Torwart heißt es immer, wenn du ein Tor kassierst und der Ball geht ins kurze Eck rein, bist du immer schuld. Das ist so eine Regel, die kriegst du halt eingeflößt so im Torwarttraining. Die kurze Ecke muss immer dicht sein. Okay, da kann man dem Torwart sagen, okay, das war ein Ball-Seitenwechsel, das heißt, der musste vom linken Pfosten erstmal rüberlaufen. Aber ich, der Torwart ist nicht ganz unschuldig, aber das ist auch kein Ball, den man halten muss, aber das ist ein Ball, den man halten kann. Der zweite Keeper ist halt nicht Kunker Stills. Pavan heißt der Keeper, glaube ich, der gespielt hat. Der zweite Keeper von denen, der kriegt die Arme nicht rechtzeitig hoch, deswegen geht der Ball schön unter das Eck. Der Ball war hoch 200 kmh schnell, der Ball. Ja, die Gisselmann hat sein Tor. Das Netz brennt heute noch. Wie ein Superkick, das wäre das, Teufelsschuss, Tigerschuss, ja, keine Ahnung. Aber der hat die Arme nicht hochgekriegt, Gisselmann hat das, sein bestes Tor seiner Karriere erzielt. Nein, das nicht, das ist eine Lüge, da habe ich Tore vom Gisselmann gesehen. Das ist vielleicht das schönste Tor von Gisselmann in einem Lichtspiel, aber im Trainingsspiel hat der schon Dinger rausgehauen. Gegen Tore oder was? Ja, also der hat, ich habe schon Dinger von dem gesehen, bei Testspielen, wo der den Ball irgendwie mit 100 kmh in Winkel zimmert, aus 30 Metern, aber. Daumen hoch, wer die Testspiele gegen Turo und Schwarz-Weiß gesehen hat. Bei Schwarz-Weiß hättet ihr mich letztes Jahr auch sehen können. Da habe ich noch bei Schwarz-Weiß gespielt. Ich habe mittlerweile einen Farbfernseher, tut mir leid. Nein. Ich wusste gar nicht, dass du so alt bist. Ich, ja, ich bin tatsächlich so alt. ist das egal. Wir haben noch so ein bisschen, um das Spiel abzuschließen, Fortuna vier Punkte und vier Spiel, wenn wir das hochrechnen. 36 Spieltage, 96 Punkte. Es wird knapp. Wir müssen noch irgendwie ein paar Spiele mehr geil spielen und vielleicht das Glück von Zretta haben oder besser spielen und unsere Offensive auf die Kette kriegen. Ihr könnt ja mal in die Kommis hauen, was ihr denkt, wie unsere Offensive sein muss. Ich weiß, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier im Podcast unsere Rede erwähne, aber like uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, auf YouTube, gebt uns den Damm hoch, abonniert die Glocke, den ganzen Scheiß, den kennt ihr. Empfehlt uns, euren Freunden, eurer Familie, eurem Bruder, Schwester, what the fuck. Hauptsache Fortuna begeistert, ich bin schon wieder etwas und der Mischere gibt mir gerade ein bisschen Love in Rosa hier im Skript, der mir sagt, dass ich Nürnberg, Bochum, Karlsruhe, die um den DFB-Protest gegen den HSV in Person von Bakary Jutta, weil er laut der Bild irgendwer anders ist, ein fucking Protest einlegenes Spiel, wo ich mir denke, wenn die fucking diese Spiele verlieren, dann ist das fucking egal, ob es Bakary Jutta ist, Bakary Nuffa ist, ob der 21 ist, ob der 24 ist, fucking egal, dieser Spieler ist ein geiler Spieler und wenn er sagt, er ist halt Bakary Jutta und nicht diese andere fucking Bakary, dann ist er halt dieser fucking Bakary Jutta und ist einfach ein krasser Fußballer, wenn ich gerne eine Fortuna hätte, der schnell ist, dribbelstark, ist ein krasser Abschluss und wenn er fucking verliert, so wie Slump gesagt hat, wenn er fucking verliert, dann seid ihr einfach scheiße und dann ist es fucking egal, ob es ein Flüchtling ist, der lügt oder nicht, das ist fucking scheißegal, ich gönne jedem, der hier hinkommt, in seinem Land, was zerbombt ist, wo die hungern, wo was, was ich für ein fucking scheiß passiert, gönne ich hier Erfolg zu haben und den hat der, der Tiererfolg, der kämpft, der rackert, der gibt alles, was er hat und ob er jetzt lügt oder nicht, fucking scheißegal, die Bundesbehörden können es nicht überprüfen, können es nicht beweisen, die sagen, er ist Bakary Jotter und dann ist der fucking Bakary Jotter, aber was da abgeht, ist unnormal, wirklich fucking unnormal, es hat schon fast was mit AfD und Rassismus oder dem fucking Scheiß zu tun und jetzt, sorry Michael, ich hab dir irgendwie gerade ein Spotlight geklaut. Ähm, ich sag mal so, normalerweise bin ich der Linke von uns beiden. Also, ich bin, ich bin gerade überrascht, ich dachte, ich bin ja auch, nee, weil, was ich krass fand, ist, das war eigentlich ein Thema, wo ich dachte, dass du eigentlich da keinen Bock hast, drüber zu reden, aber das ist genau so. Hab ich da auch nicht, aber es war gerade. Nein, ich find's ja gut, weil du einfach komplett meine Meinung bist, das ist so dieses, dass dann Nürnberg, Bochum und Karlsruhe halt Proteste einlegen, für, weil's halt dann irgendwie hieß, ja, vielleicht ist das gar nicht der, für den er sich ausgibt, aber ich denk mir so, also der deutsche Staat hat dem angenommen, der DFB hat eine fucking Spielgenehmigung für den und HSV hat vom DFB eine Spielgenehmigung und er spielt. Und dann kann man doch nicht im Nachhinein sagen, weil die Spielgenehmigung im Endeffekt nicht richtig war, kann man doch dem HSV keine Punkte abziehen, weil zu dem Zeitpunkt, als das Spiel stattgefunden hat, hatte er eine Spielgenehmigung und er hat gespielt mit einer Spielgenehmigung. Und deswegen kann man ja auch, selbst wenn er jetzt, weiß ich nicht, Udo Jürgens aus Dortmund ist, kann man dem ja trotzdem nicht die Punkte nachträglich abziehen, weil zu dem Zeitpunkt, als er gespielt hatte, hatte er eine Spielgenehmigung. Und deswegen finde ich es halt lächerlich, dass dann halt... Also man hat offizielle Dokumente, ähm, man hat bei der HSV, weil die haben ja auch Analysen gemacht, als er das Probeträgen bei denen gemacht hat, ähm, um das Alter ungefähr einzuschätzen, das Alter ist echt ungenau, also entweder ist er zwei, drei Jahre jünger, als er vorgibt zu sein, oder zwei Jahre älter. Es spielt aber keine Rolle. Er hat eine Spielgenehmigung, der darf spielen, und wenn er einfach besser ist, als ihr fucking Idioten, ist er einfach fucking besser. Ich würde gerne sagen, hier kommt noch Fortuna Düsseldorf, weil der ist krass geil. Ich hätte den gerne hier, weil der guten Fußball spielt. Und wenn du einfach scheiße willst, bist du einfach scheiße. So, stopp. Ja, das Ding ist halt, ja, die haben, also, die haben einfach, die haben doch nicht verloren, weil Bakariyatta fünf Tore pro Spiel gemacht hat, sondern das war einfach nur ein Spieler, der auf dem Platz war, der zu dem Zeitpunkt eine Spielgenehmigung hatte. Ja, genau. Und deswegen finde ich es halt traurig, dass man dann einen Protest einlegt. Der spielt aber auch jetzt mit, sagen wir, erst 22, weil das steht im Spielepass, spielt der einfach eine krasse Zweitligasaison. Letztes Jahr war der noch so, naja, aber dieses Jahr spielt er einfach eine krasse Zweitligasaison. Ob der jetzt drei Jahre älter ist oder nicht, ist für das Spiel irrelevant, weil der hätte auch, wenn der jetzt nicht Bakariyatta, sondern Bakariydafner heißen würde oder wie auch immer, ob er jetzt 21, 23 ist, die hätten trotzdem verloren. Ja. Die hätten trotzdem diese fucking Spiele verloren. Fucking scheißegal. Und das ist der Fußball, der so eine Popularität in Deutschland hat. Dass ausgerechnet Vereine mit so einer großen Fanbase wie Bochum, wie Karlsruhe, so einen Scheiß in die Welt setzen, dass die Frauen wirklich so einen fucking Scheiß in die Welt setzen, das macht mich wütend. Das macht mich echt wütend, weil du bist einfach nur Scheiße, du bist schlecht. Und wenn, egal wer das ist, ob man lügt oder berechtigt, fucking gar nicht, wenn du einfach scheiße bist und so eine Lüge in die Welt setzt und so einen Scheiß in die Welt setzt. Fucking Bild-Zeitung. Fucking, fucking Bild-Zeitung. Einfach lügen und irgendwelchen Scheiß in die Welt setzen. Ob du beweisest oder nicht, wir können jetzt über Metzeller sprechen, über wen auch immer. Scheißegal, machen wir nicht. Weil Metzeller wäre echt zu krass, ich könnte mich nicht darüber aufregen. Aber das ist halt so ein fucking Ding, wo ich mir sage so, ja okay, vielleicht hat er es gemacht, vielleicht hat er es nicht gemacht. Vielleicht ist er hier, obwohl er gar nicht hier ist. Fucking egal, aber sportlich seid ihr fucking Scheiße. Und wenn ihr das macht macht, macht ihr euch lächerlich. Dann, dann stimmt irgendwas nicht mit euch und der Michael muss diesen fucking Rant von mir wahrscheinlich einfach fucking rausschneiden. Und ich wollte schon zehnmal umleiten zur Fortuna, dass wir jetzt dieses nächste Spiel einfach krass spielen müssen, um halt diese 36, 40 Punkte, die wir erreichen müssen, mit diesen fucking Klassenhalt erreichen, weil die Saison wird super schwer. Keiner wird uns unterschätzen und Friedhelm Funkel macht immer noch einen guten Job in seinem Trainerteam mit Thomas Kleine und Axel Bellinghausen zusammen. Und ich hoffe, dass auch Friedhelm Funkel über die Saison hinaus, egal was mit Röttgemann ist, mit Vetter in Wirtschaft ist, mit irgendwem Scheiß, dass es halt trotzdem bei uns bleiben wird, weil ich liebe Friedhelm Funkel. Das Interview ist so fucking ehrlich. Ich hab den vor ein paar Wochen gesprochen, aber wir müssen einfach krass punkten, weil uns wird kein fucking Fall unterschätzen, außer fucking Werder Bremen, aber auch im Rückspiel werden die fucking alles geben. Und jetzt hab ich den Michael schon wieder zu viel Thema abgenommen, deswegen gebe ich dir einfach das Schlussfolge und ich mach dann einfach noch am Ende noch ein bisschen Call to Action. Ja, erstmal sagen wir mal so, normalerweise bist du immer der Sachliche von uns beiden und ich bin eigentlich immer eher so der Emotionale und deswegen sage ich jetzt erstmal, wir chillen erstmal unsere Basis, beruhigen uns, die Bild ist scheiße, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Spieltag oder bis zur nächsten Podcast-Folge. Wenn wir uns wiederhören, haben wir dann hoffentlich mindestens sechs Punkte mehr. Gut Kick in die Runde, auf Wiedersehen und die letzten Worte gehören dir. Wenn ihr Themenvorschläge habt, jemanden kennt, der gerne hier mal im Podcast irgendwie ein Segment hinschicken will oder mit uns klatschen will, könnt ihr mal klatschen, das ist in unserem E-Mail-Projekt-Mikrofon podcast.com Ja, jetzt sage ich auch endlich mal tschüss, der Michael grinst schon und wackelt mit den Beinen und wackelt schon auf, dass ich die fucking Folge abmoderiere. Ich bin sorry, etwas Outrage. Ja, ich weiß jetzt, wie du dich immer fühlst, wenn ich mich irgendwie aufgeregt wegen was und du sitzt da so neben und denkst dir so, wo hat das jetzt angefangen? Ja, ich verstehe, warum du dich ärgst, aber wo war dieser Punkt, wo dieser Schalter gekippt ist von, ja, wir reden jetzt über Fußball und die Bild ist scheiße. Es geht ja nicht nur wie die fucking Bildschaltung. Ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Wir wollen nicht wieder anfangen. Ich bin hundertprozentig auf deiner Seite und auch vollkommen deiner Meinung. wie gesagt, ich finde halt lustig, dass wir irgendwie die Rollen getauscht haben, dass ich aktuell der Sachliche bin und du der Emotionale. Wie gesagt, ein guter Klick in die Runde und wir haben Bock auf euch. Ich hoffe, ihr habt Bock auf uns. Es gibt uns viel, 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 viel fucking Feedback. Und Geld. Und Geld schreibt uns gerne an dem E-Mail am Projektmitglied.com. Dann könnt ihr Geld einscannen und uns schicken. Ich hätte gerne 5 Dollar. Das ist egal. Aber nur eingescannt. Ich bin der Mammendribbler, er ist der Michael Schönski, Age of Twitter und adios. Gut kick in die Hunde. Ciao. Gut kick in die Hunde.